Hallo, grüß dich! Freut mich, dass du hier eingeschalten hast. Ich bin der Christian Biemann und bin Fotograf. Und die Arbeit als Fotograf, die treibt mich immer wieder mal raus in die Natur, in die Landschaft, sei es in Österreich, als auch auf Reisen, die ich immer wieder mal unternehme. Ja, wenn du hier dabei bleibst, dann wirst du Videos finden, wo ich da zeige, wie ich fotografiere. Es gibt verschiedenste Techniken in der Landschaftsfotografie, die erklären werde. Es geht genauso um die Nachbearbeitung am PC danach. Und ja, wenn du die Videos cool, gut und interessant findest, dann hinterlassen wir gerne einen Daumen nach oben. Ja, da sehe ich einfach, dass es den Leuten gefällt, dass es dir gefällt und du gerne dabei bist. Wenn du Kritik hast oder Lob oder Anregungen, dann hinterlasse einen Kommentar bei dem jeweiligen Video. Ich werde darauf antworten und lasse mich auch gerne inspirieren, falls du Vorschläge hast für zukünftige Sachen, die ich hier zu einem Video verarbeiten soll. Also, nochmals, gefreut mich, dass du dabei bist und lass dich überraschen, was so kommt. Bis bald. Ciao. Bis bald. Bis bald.